hallo und herzlich willkommen zu einem neuen unboxing video von test.net und heute habe ich mal was ganz cooles mitgebracht nämlich hallenschuhe um genau zu sein handelt es sich hierbei um handballschuhe von dem hersteller kemper und hierbei handelt es sich um das modell hurricane falls ihr danach im internet suchen solltet wie ihr schaut ist hier ein markenzeichen von dem reifen hersteller michelin denn dieser hat sich auch noch mal hier eingebracht in dem turnschuh und ja schauen wir uns mal diesen turnschuh hier an und die sohle hier die besteht hier aus dem gummi was er michelin herstellt und auf jeden fall mal was ganz cooles und zum schuh selbst macht einen super eindruck also die farben blau und so eine art mischung rot rosa macht einen super eindruck sieht sehr stylisch aus und die sohle gefällt mir auch auf jeden fall also sehr super und da schauen wir uns mal gerade mal hier die innensohle an die textilsohle denn die ist sogar abnehmbar laut hersteller kann man ja sogar mal probieren und das funktioniert sogar kann man abnehmen ganz easy auch sehr soft gehalten so wie es sein sollte und ja und wie schaut ist diese auch sehr sehr flexibel und dehnbar ja weiteres finden meine kollegen aus der test abteilung raus was dieser schuh hier noch alles drauf hat in dem sinne wünsche ich euch noch einen schönen tag und wir sehen uns beim nächsten mal tschüss